Eine schöne neue Aktion gibt es beim Mietwagenbroker SaniCars. Bevorzugt werden in diesem Falle bei dieser Aktion all jene, die dieses Jahr Urlaub auf dem spanischen Festland machen wollen. Wer nämlich seinen Mietwagen bis zum 14. März bucht, erhält das Premium-Paket von SaniCars gratis dazu. Enthalten ist hier die bevorzugte Abwicklung der Übergabe und Abnahme des Fahrzeugs. Man hat also keine Wartezeit und außerdem bekommt man garantiert kein altes Auto untergejubelt. Die Fahrzeuge im Premium-Paket sind maximal ein Jahr alt und wurden weniger als 25.000 Kilometer gefahren. Die Aktion gilt für Reisen vom 1. April bis 31. Oktober 2016. Nochmal, buchen muss man bis zum 14. März und das bei jedem guten Reiseberater. Besonders fair ist bei SaniCars im Übrigen die Voll-Voll-Regelung bei der Betankung. Man übernimmt das Fahrzeug vollgetankt und gibt es auch so wieder ab. Man tankt also nur nach, was man selber verbraucht hat. Sollte eigentlich normal sein, ist aber bei vielen Mietwagenanbietern leider nicht normal. Mehr zu SaniCars gibt es bei jedem guten Reiseberater. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020